Diese Reise führt mich nach Sardinien, in die Welt der Stille. Ich bin fasziniert von der Farbenvielfalt am Meeresboden. So ist diese Serie, die Red Corals, entstanden, die den Anblick der Schönheit der Korallen in ihrer Vielfalt an Farben und Formen zeigt. Was sonst nur wenigen Tauchern vorbehalten ist, wollte ich mit der Red Coral Serie einfangen. Seit Jahrhunderten erfreut der Schmuck der roten Koralle die Menschen. Der Italiener Davide hat mir im Korallenmuseum von Alghero ermöglicht, in die Unterwasserwelt mit all ihren Farben bildhaft einzutauchen. Die Serie Red Corals habe ich in Handarbeit als Mischtechnik auf Papier gemalt und mit Rosé Blattgold veredelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017